Mein Name ist Sandra Heißenberger, ich arbeite für die Stadt Wien in der Magistratsdirektion in der strategischen IT der Stadt und bin die Stellvertreterin des CIO des Chief Information Officers der Stadt Wien. Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in die Digitalisierungsstrategie der Stadt geben und wie diese anhand konkreter Beispiele umgesetzt wird. Die Digitalisierungsstrategie ist die digitale Agenda der Stadt. Sie ist für jeden im Internet aufrufbar und wurde mit dem Ziel entwickelt, Wien zur digitalen Hauptstadt Europas zu machen. Unser oberstes Ziel in der Digitalisierung ist es, das Gemeinwohl der Menschen zu verbessern und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das bedeutet nicht die Technologie, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt bei der Digitalisierung. Wir wollen mit der digitalen Agenda Wien auch einen Beitrag zur Erreichung der Smart City-Ziele schaffen, in dem die neuen technologischen und sozialen Innovationen optimal genutzt werden. In der digitalen Agenda gibt es zwölf Grundprinzipien, die sogenannten Wiener Prinzipien. Das sind Altersgerechtigkeit, Barrierefreiheit und digitale Gleichheit. Wien lässt niemanden zurück. Wir wollen, dass alle Zugang zu allen Leistungen der Stadt haben, egal ob digital oder analog. Digitalisierung darf niemanden diskriminieren. Sie soll die Bürgerinnen unterstützen. Ein weiteres ist die Bürgerinnenorientierung, Eigenständigkeit, Flexibilität und Lernen, Gendergerechtigkeit, Innovation, Konsolidierung, Nachhaltigkeit. Digitale Lösungen müssen auch den Aspekt der Nachhaltigkeit umfassen. Offenheit, Transparenz und Partizipation, der Open Government-Ansatz der Stadt Wien, Stärkung des Wirtschaftsstandorts, Unabhängigkeit und das letzte Vertrauen und Sicherheit. Ich werde Ihnen nun neue Services der Stadtverwaltung vorstellen, die in den kommenden Jahren das Leben in der Stadt verbessern sollen. Das erste Service ist das personalisierte Bürgerinnenportal mein.wien. Auf mein.wien.gv.at gibt es eine Reihe von Services, die direkt erledigt werden können. Beispiele sind der Antrag für ein Parkpickerl, die Baueinreichung oder auch medizinische Services, wie zum Beispiel der Zugang zum Impfportal oder die Corona-Befundabfrage. Die auf mein.wien.wien zur Verfügung gestellten Services werden laufend erweitert. Die Bürgerinnen können auch seit 2017 durch einen interaktiven Chatbot, den Wien-Bot, unterstützt werden. Der Wien-Bot besitzt eine künstliche Intelligenzkomponente, indem er Sprache interpretieren kann und er kann Informationen über Parkgebühren, Eintrittspreise, Veranstaltungen, Öffnungszeiten und vieles mehr geben. Die Stadtvermessung hat 2018 damit begonnen, den öffentlichen Raum mit Autos zu befahren, die mit hochauflösenden Kamerasystemen ausgestattet wurden und hat so einen in Bildern digitalisierten öffentlichen Raum geschaffen, mit dem der sogenannte digitale One-Stop-Shop umgesetzt werden kann. Es können durch diese Bilddaten, das sind etwa 200 Terabyte, sowohl virtuelle lokalen Augenscheine durchgeführt werden, als auch Vermessungen an Objekten, nur aufgrund der Bilddaten mit einer hohen Genauigkeit. Mit diesem Datenschatz stehen der Stadtverwaltung in Zukunft sehr viele spannende Anwendungen zur Verfügung, die mithilfe von künstlicher Intelligenz wiederum neue Services für die Stadt entstehen lassen. Beispielsweise können wir mit Hilfe eines KI-trainierten Algorithmus Fensterflächen bestimmen oder auch Verkehrszeichen im öffentlichen Raum erkennen. Ein weiteres bedeutender als Digitalservice ist die digitale Baueinreichung, die in einem Forschungsprojekt zusammen mit der Technischen Universität Wien und der Stadt Wien entwickelt wurde. Das Projekt verbindet die Hightech-Methoden Building Information Modeling, Künstliche Intelligenz und Augmented Reality, zu einem umfassenden, durchgängig digitalen und automatisierten Genehmigungsverfahren. Statt 2D-Papierplänen kommen gänzlich digitale 3D-Gebäudemodelle zum Einsatz. Diese Lösung ist damit eine innovative Grundlage für die Verwaltung des gesamten Bauvorhabens, von der Planung über die Einreichung bis hin zur Baustellenkontrolle vor Ort und der Abnahme des fertigen Bauwerks. Ich möchte nun auch noch einige Beispiele aus dem Bereich digitale Gesundheit nennen. Im Bereich des Wiener Gesundheitsverbundes, dem gehören die städtischen Spitäler inklusive das allgemeine Krankenhaus an und die Pflegewohnheime der Stadt Wien, wird gerade die Online-Terminbuchung von Ambulanzterminen ausgerollt. Es soll einen Online-Check-In bei Folgeterminen in den Ambulanzen geben, daher man erspart sich das Anmelden bei einem Schalter und kann das mittels E-Card direkt an einem Terminal vornehmen. Weitere Projekte im Gesundheitsbereich beziehen sich auf das Themenfeld Telemedizin. Es läuft gerade ein Telemonitoring-Projekt der smarte COPD-Trainer. COPD ist eine Lungenkrankheit, die häufige und langwierige Interventionen mit stationären Aufenthalten erfordert. Man weiß aber, dass man Patientinnen mittels telemedizinischem Monitoring länger gesund zu Hause belassen kann. Die Patientinnen erhalten eine App sowie ein Lungenfunktionsgerät und einen Schlafgurt zur Messung der Schlafqualität. Die Messdaten werden automatisch über die App an das medizinische Personal übertragen. So können medizinische Krisen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Ein letztes Projekt beschäftigt sich mit dem telemedizinischen Wundmanagement. Dabei werden Wunden von Patientinnen in Pflegewohnheimen mittels Handy fotografiert und direkt in ein Wundmanagement-System übertragen. Ein Dermatologe kann dann ohne, dass der Patient bzw. die Patientin das Pflegeheim verlassen muss, eine Behandlung festlegen. Bei der Aufnahme der Wunden mit dem Handy werden die Bilder durch einen Sticker kalibriert, der die Qualität der Aufnahmen sicherstellt. All diese Projekte zeigen den Fortschritt, den Wien auf dem Weg zur Digitalisierungshauptstadt macht und leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt.